Gut, dann geht's da hinten hin zum Wegpunkt, zum Bungalow 6. Und... ...mit meinem Truck, den ich hoffentlich wieder finden werde. Nein, geh weg. Ach, der lebt noch. Ah, ja. Ach, wurf mir... Ah, hat er schon angesammelt, angelegt. Die, äh, Schlagringe. Yeah, ausgenockt, Bitch. Yeah, seinen Kopf weggehauen. Cool, freut mich. Wenn ich seinen Kopf weghauen kann. Ich will seinen Fuß weghauen, aber das ist echt gut, äh, das Ding. Ah, da hinten ist mein Truck, weil da ist ja der Sanitäterrettungswagen. Und wie ich ihm mit voll Anlauf in die Fresse kicke, ey, einfach so. Gut. Einsteig, gut. Ja, ja, nicht so. Ängstlich. Ich hab eben jetzt auch vergessen, äh, wie meine Spezialattacke geht. Das ist sehr doof. Weil ich's vergessen hab, einfach. Wow, es ist flüssig in dem Outdoor. Leck mich am Arsch. Jetzt, wenn er nicht gleich anfängt, richtig zu fahren, dann zieh ich ihn raus aus dem Scheiß-Outnet-Vor selber. Mein Gott. Hm, da drin, da links wär irgendwas. Hol ich halt auch kurz, mein Gott. Da drin, ich wollte jetzt kurz sagen, da drin, ne. Äh, da hinten gibt's halt irgendwas, ich glaub Verbände oder irgendwas gibt's halt da. Ah ja, blöd. Ach, so ein scheiß Schläger, oder? Yeah. Wie kann ich meine Spezialattacke auf, ich glaub Y war das? Warte mal. Yeah, man. Bitch. Wow, yeah. Wow, ey, nicht schlecht, die Attacke. Jetzt hab ich's alle zusammen mit meinem Schlagring hier. Der jetzt kaputt ist. Und schneid's auf, die kleinen Idioten. Cool. Ich hätte aber gern so ne Taste, wo ich alles nehmen kann, einfach auf dem Fleck. Weil immer hingehen, F-drücken ist ein bisschen doof. Ich hab jetzt auch genug, äh, Geld bekommen von der Wassertussi. Deswegen hab ich den Typen hier umgebracht und sein Gehirn weggeschreddert. Help us. Ja, ah. Ach, Wasser für Kim, wie viel Wasser braucht na die bitte? Let's see, what we got. Let's see, what we got. Man. Oh, mir fällt's nicht ein. Gut. Schön. Ich würd für Gendina drin helfen. Ist da drin wer? Nö, ist auch keine Quest oder so. Also wieder zurück wandern. Auf die Straße. Äh, Straße sag ich nicht Baum. Warum? Und das ist eben cool. Das Nummer steht, ist immer Dead Island. Dead Island. Also in Zahlen geschrieben und so. Aber es ist immer Dead Island. Das ist cool. Hier. Ah, da hinten ist schon das nächste. Ich könnt eigentlich gleich stehenbleiben hier. Ja, noch ein bisschen weiterfahren. Und den Typen überfahren. So. Aber jetzt, höre ich Zombies. Hey, der hat eine Machete. Das gilt aber nicht. Ach, niedergesträgt. Ach, ein Holzbrett ist das. Ich dachte, eine Machete. Ich will mal das Ding wegschmeißen, jetzt. Den komischen Schlagring. Weil er mir zu wenig bringt. Also, hey. Okay. Es ist weg. Ja, Holzbrett kann ich auch fallen lassen, weil Holzbrett. Komm, Holzbrett. Dafür nehme ich meinen geknüppelten Nagel. Ich meine, mein Nagelding nehme ich wieder her. Und ich glaube, den Baseballschläger, den, na, ich glaube, erstmal die ersten vier, das ist dann das Rohr. Dass ich da alles schön hintereinander wegbekomme. Das Rohr ist kaputt. Super. Das sehe ich jetzt, wenn das Inventar zu ist. Also. Ich würde gerne das Rohr fallen lassen. Und ich nehme das schwere Rohr einfach. Das ist ja auch cool. Wieder da oben. Es ist ein bisschen umständlich. Oh, jetzt ist es auch kaputt. Ja, super. Ist mir erwischt. Mein Gott, dann nimmt man halt. Irgendwas anders. Ah, da hinten ist ein Auto. Ein Tüftüff. Ahn. Oh yeah, in einem müde, ein ermüdender Baseballschläger. Baseball. Hilf mir, bitte. Einfach wegfahren, das Auto. Oder durch die Scheibe oder durchs Fenster steigen. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber, oh Gott. Bitte. Bitte. Bitte, ich kann nicht gut Englisch sprechen. Bitte, hilf mir. Bitte. Mein Mann. Er blutet. Können Sie uns helfen? Ich bin zu klein. Mein Name ist Roger, Brüder. Und das ist meine Wälder, Jess. Wir fahren wie ein Böder in der Hölle. Der Fahrer muss ja in Schock oder so. Weil er... Ich glaube, ich habe alles, was er hatte. Oder vielleicht. Okay, was ist das? Okay. Ja, ja. Ach, und der bleibt dann da liegen und stirbt, oder was? Na cool. Ich durchsuche jetzt nochmal das ganze Zeug hier. Ist das Wasser, nicht Alkohol? Alkohol ist auch gut. Nicht Alkohol schmeißen. Ah, jetzt trinkt dann doch der Idiot, hey. Nicht Alkohol schmeißen, sag ich noch zu ihm. Und dann nimmt dann doch. Wer wird davon? Na gut, wenn man eine Flasche gleich so auf den trinken, na gut. Hä? Ein roter Faden, ne? Was bringt der rote Faden? Ist das cool? Ha, was soll's? Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Wir öffnen nochmal alles, weil ich muss irgendwas suchen hier. Ah, Halskette. Ach, die Halskette. Hey, super. Haben wir gleich mal die Halskette gefunden schon. Wasser. Sehr gut. Ja. Äh, ich schmeiß, glaub ich, dann mal. Ist das gut? Nee, das ist scheiße. Was ist das? Ah! Hä? Versteh ich immer noch nicht. Ist da hinten wer? Nö. Weil dann würde ich gleich mal sie erstmal zum Leuchten bringen, dass... Äh... Folgt mir. Blöde Kuh. Oder muss ich sie tragen, oder was? Ich versteh's nicht. Muss ich sie jetzt da hinschubsen, oder was? Hey, folg mir. Es gibt doch irgendwie kein Ding, oder so. Ja gut, Messer schmeckmeißen. Ja, ich schmeiß mal das Messer weg. Ich... weg, ey. Meckschmeißen. Wie kann ich jetzt sie da, äh, jetzt überzeugen, dass sie mit mir mitgeht? Weil ich bin ein netter Mensch. Ausrüsten, Baseballknüppel. Es gibt auf jeden Fall kurz... Schlagtasten, also kurz Shortcuts. Aber die finde ich nicht. Ja, ja. Ja, hier, Auto. Da hinten ist ein Auto, also... Kannst du ruhig mitgehen mit mir? Hä? Sie bleibt einfach ganz krass stehen, hey. Sauber. Hallo, mitgehen, Mensch. Folgt sie mir jetzt, da? Nein. Ich drück mal alle Tasten. Ah, das war... Oh, Inventar ist kurz Sache, äh, kurz Taste I. Interessant. Taschenlampe ist T. Cool, wusste ich auch noch nicht. Wenn sie nicht gleich folgt, drehe ich einfach weg, hey. Okay. Das ist die Karte. Sprich mit ihr. Ne, fahre Jessica zum Leuchtturm. Ja. Das hatte ich schon vor, ätter, aber... Okay, gut. Dann würde ich gerne einsteigen. Oder muss ich sie vielleicht abholen auch noch? Ja, steig halt da ein, du Arschloch. Hallo? Ist sie jetzt ganz blöd, oder was? Ach nee, jetzt steigt sie ein, jetzt bewegt sie sich. Ja, das macht sie halt gut. Boah, braucht die jetzt ewig, hey. Mein Gott. Und gleich kommen drei Milliarden Zombies. Oder vielleicht das Seen-Zombie, ich weiß es ja nicht. Wer fährt denn da bitte in so eine scheiß Lücke rein mit dem Auto? Da kommt man doch nicht mehr raus hier. Also. Ich lasse jetzt mal ein anderes Auto liegen. Und nehme dafür einfach das mit, weil das cool ist. Und... Haha, gestorben. Und bring dann gleich mal die Halskette auch noch für den... Ah! Ja, Gott, das ist echt ein scheiß Handling mit dem Auto. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Zum Leuchtturm oder jetzt zum Ding bringen? Ich weiß es selber nicht, ist ja egal. Haha, mitgenommen. Es ist ein schönes Spiel. Es gibt auch keine Bremse oder so. Braucht man ja auch nicht im Auto. Oder keine Handbremse oder irgendwas anderes. Muss nicht schalten, der Mensch. Nein, nein, das hat keine Schaltung, das ist bloß... Ähm, Ding. Hab bloß eingegangen ins Auto. Jetzt aussteigen. Und was muss ich jetzt machen? Es gibt Leute, die in der Lichthaus leben. In der Lichthaus. Rede mit Jessica. Wer ist Jessica? Ah, sie ist Jessica. Achso. Danke. Kannst du mich auf meinen Mann checken? Geh weg. Ja, Mann. Ja, warum nicht? Nehm ich. Hä? Fähigkeiten? Was jetzt? Jetzt muss ich also nach Ihrem blöden Mann auch noch schauen, oder was? Warum habe ich nicht gleich mitgenommen? Erhöht die K.O. Zeit von Feinden. Fähigkeit, deine Feinde zu rammen? Oh yeah. Aha. Ich kann vorregelte Türen durchbrechen. Okay. Schwächen ausnutzen. Nö. Nö. Aha. Also ich muss anscheinend immer eins voll machen. Somit so ein Ding, dass ich halt das machen kann. Und das Blaue ist sehr seltener. Ist halt seltener. Strafen des Fleischermäßes. 177 Schaden. Leck mich am Arsch, ey. Äh. Hoppala. Das ist wirklich krass, was da drin ist. Aber. Äh. Hoppala. Das brauche ich jetzt einfach nicht, weil... Ja, ich nehme es einfach nicht. Ich habe mein Geld, das brauche ich zum Reparieren. Ich kann nicht mehr lenken. Ah, jetzt. So, und jetzt wieder mein Wegpunkt erstmal. Karte. So, wo fahre ich denn jetzt hin? Rede mit... Mit Tränen muss ich denn? Ah, ich habe doch die Verbände, habe ich gefunden. Jetzt das stimmt. Also kann ich... Äh, scheiße. Kann ich kurz mal aussteigen? Ah, da ist aussteigen. Genau. Und dann da mal hingehen. Zu dem Ziel. Weil ich ja alles, weil ich super bin und so und ich rette jeden Menschen. Es ist ein Jumbo-Jet, nicht ein Knochen in einem Husten. Das ist genau das, was ich brauchte. Danke. 500 dp. warst du. Bauplan Dego-Bombe. Sehr schön. Was gibt's da hinten? Nix. Was gibt's da? Steven ist für mich? Oh, ich wünsche... Können Sie ihm das bitte, wenn Sie ihn sehen? Warum muss ich ihm das sagen? Mein Gott, das ist doch schein... Jeder stirbt da. Mein Gott, ey. Weil das Ding trinken, den Energy-Drink trinken. Und die nächsten Quests abgeben. Ich glaube, bei dem kann ich eine Quests abgeben. Wir folgen James zu diesem Lichthaus, damit wir ein SOS-Signal geben können. Markus wollte das mal checken. Nein, Mann, ey. Na gut. Kopa sagt es. Alles klar. Okay, anscheinend irgendwer in Ladefelder oder irgendwas anderes war es halt. Ist ja egal. Ist ja nicht so schlimm. Es gibt nach oben eine Quest, aber ich glaube, die hole ich mir jetzt auch nicht. Deswegen gehe ich da hoch. Ja, genau, so mache ich das. Ja, ist ja auch schnell geladen, also... Ich bin James. Hey, da war ich doch schon, du Depp. Wir arbeiten an... Du bist der Garten, oder? Wok, lass uns das machen. Okay, ich bin gleich hier, und眉 die Augen. Warte mal! Ich bin ganz klar, dass ich dich sehe. Du bist der Garten.